Mein Van ist immer startklar gepackt, für mindestens 10 Tage. Es fehlt eigentlich nur noch eine Kleinigkeit. Dieses Mal gönne ich mir den Luxus und nehme meine Sportausrüstung mit. Felix anrufen. Hallo, Alex? Alex? Was gibt's? Wollte nur kurz fragen, ob alles klar bei dir ist da hinten. Was kannst du nicht finden? Ich glaube, wir haben richtig Glück mit dem Wetter. Das wären bestimmt 5 super heiße Tage. Was für eine Frage. Wie lange haben wir eigentlich noch? Man, Felix, bei deinem nächsten Van solltest du unbedingt eine Probefahrt machen und die Rollstuhlisse testen. Verstehe ich überhaupt kein Wort. Das geht gar nicht. Verstehe kein Wort. An welchem Ort? Hallo? Alex? Felix, ich glaube, das bringt so nichts. Ganz ehrlich. Wir haben es ja bald geschafft. Okay? Also, ciao. Man, Felix. Hallo? Alex? Hallo? Alex? Hallo? Alex?